So, schöner Ball. Ronaldo. Spielt ihn nach vorne. Cristiano. Kann den mitnehmen. Cristiano. Oh, nein. Nein, was ist das? Ball wird immer länger, leider. Oh mein Gott. Camp-Style? Digga, was für Camp-Style? Was für Camp-Style? Ich habe Hunter oder was habe ich drauf auf meinem scheiß Manet? Das ist lächerlich, Digga. Das ist einfach nur lächerlich, Digga. Das ist jetzt 82. Das ist einfach alles lächerlich hier in dieses Game, Digga. Der 82 Pacers ist absolut lächerlich. Ja, mach ihn rein. Das ist halt gut. Guck dir das mal an. Das ist halt absolut. Im Fünfer war es, oder? Das war im Fünfer, oder? Ist ein Stadionspieler. Ist es ein Walk-Out? Ist es ein Walk-Out? Deutschland. LF. Uuuuuh. Sanik, alter. Nee, oder? Alter, krass. 240k. Krass. Nur noch Elite 2 jetzt. Yo. Ich habe halt mehr Coins rausgeholt, als ich meine, als manchmal Top-100-Belohnungen. Das ist halt heftig. Auch meine Player-Picks, Freunde. Die waren auch zu gut. Kann man gar nichts sagen. Kann man gar nichts sagen. Kann man nichts sagen. Jetzt haben wir noch ein 100k-Pack und noch das Elite-Pack. Let's go. Krass, was für viele Wards bisher bei mir waren. Die gönnen. Guckt es euch an. Ist direkt weg. Fast eine Million haben wir jetzt. Let's go. Seltener Spieler. Walk-Out, Walk-Out, Walk-Out. Oh, Back-to-Back-Walk-Out. Deutschland? Nein! No fucking way, alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mach mal ein Clip, bitte. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ey, das ist doch nicht mehr fucking ernst. Schiegt's nicht da. Jo, wahrscheinlich Foul, oder? Ja, Schiri, wer hat Däntchen eigentlich schon wieder gekauft? Ich hab übrigens Münze noch in Schiri gesteckt, die der auf dem Konto hat, oder was? Jetzt erstmal, wie man das macht, ne? Schönen Außenröst. Scheiße, ne? Ach, Decker. Es war so klar. Es war eigentlich so klar. Es war eigentlich so klar. Oh! Das war so klar. Das war so klar. Oh, genau. 83 plus. Walk-Out. LOL. Frankreich. Stürmer. Oh mein Gott. Oh, mein. Oh mein Gott. Lass den ersten Verteidiger komplett aussteigen. Kann Mbappé hier vollenden, was angefangen wurde? Hä? Mbappé! Aaaaaaah! Der geht rein! Ist das dein Ernst, Mbappé? Ist das dein fucking Ernst? Was ist das denn für ein Tor, Junge? Nix! Er hat den vollenden ungefault. Boom! Also, rot, aber egal. Lass laufen. Lass laufen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich schaue das Tor. Hier gibt die Handicap. Ohne Witz, Mann. Wo, 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 wo? Wo, wo, wo? Ey, Eykball meint der, chickball. Der meint, der meint Eckball. Der meint Eckball. Ist das eine Ikone? Nein, nehmt vor. Ikone! Wuhuhu! Bam! Aus die Ikone! Bam! Bam! Van Basten 99! Junge! Oh, Rita! Prime forever! Dankeschön. Ey, hallo! Stolkow! Hallo! Was war das jetzt? Oh! Clip that shit, Alter! Was? Was? Clip das? Clip das sofort! Clip das, Alter! Aufs Leben, Tobi Pfosten! Ist das dein Ernst? Clip das! Das ist das, was ich meine! Allein da siehst du das PC, Playstation 4, mega der Unterschied sein muss, Digga! Ich spiel Division 4, kurz vor Division 3 und steh 7, 4, Alter! Gleich sehen, Pirlo! Gib den Ball auf! Ronaldo Cristiano! Haha! Was ein krankes Ding! Vorlage Pirlo! Nein! 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 Ja! 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 Oh mein Gott! Nein! Warum? Egal! Haha! Woh! Wenn ihr jetzt kontern, ne? Und die Situation geklärt. Ja!